So. Deine Aufgabe ist es, einer Frau zu entkommen. Oh Gott. Normalerweise entkommen die mir immer. Oh Gott, die Musik. Okay. Los geht's. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh mein Gott. Oh, ich bin Nina. Oh, cool. Achso, vielleicht habe ich mich einfach nur umgeguckt. Oh, Alter! Oh, shit. Was zur Hölle? Ich habe tatsächlich so lange gebraucht. Ich habe so lange gebraucht, ne? Fuck! Alter! Und ich drehe mich gerade noch so um, ja? Lass mich doch erstmal einrichten spielen und überfahren mich nicht gleich. Wunderschöne Dekoration hier. Oh, warum müsst ihr denn Babys hängen haben? Was ist mit euch los? Kann ich irgendwo schnau? Ich hätte vielleicht aufs Klo gehen sollen, Alter. Das geht ja schon mal gut los. Vor Marguerite verbergen. Na gut, das könnten wir schaffen. Ja, diesmal... Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Lass ich mir keine Zeit mehr. Alter! Hier drüben, Mami! Alter! So, was ist das? Ist das ein Bootshaus? Entweder ein Bootshaus oder jemand hat die Badewanne zu lange laufen lassen. Hey! Verweg dich nicht! Scheiße. Ah! Hau ab! Läufen auf mein Zimmer! So fort! Also gruselig finde ich es bisher eigentlich eher die Motion Sickness, die mich gerade packt. So geil! Sieht das jetzt hier nicht aus. Hm, lecker! Schaut aus wie Schleim. Schleim oder... Ja, keine Ahnung. Wir missraten eine Lasagne. Oh, Fernseher. Oh Gott! Oh, so viele Fernseher! So alt auch! Kein Wunder, dass die auch rumstehen. Du wollt bestimmt die neuen. Der Anfang hat mir jetzt schon wieder gelangt hier, ey! Ach, ist das der Lade... Alter, ey! Jetzt hab ich mich selbst vor diesem Ladekringel, hab ich mich schon erschrocken. Ich hab die Schnauze voll. Die Schnauze voll von der Mist. Erstmal hier so... Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Nein, dann tust du mir das an. Gott, hoffentlich sieht die mich jetzt nicht, ey! Ich hab die Schnauze voll davon. Ich hab die Schnauze voll davon... Fuck, fuck. Ah, fuck. Hau ab. ach ja klasse kann ich die irgendwie schlagen ich weigere mich einfach nicht mehr Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Hi, hi, hi. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 bitte. Oh shit, okay. Hi. Da ist sie. Da ist sie. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Geh weg. Oh Gott. Oh shit. Oh, die guckt noch so in meine Richtung, als ich da um die Kiste rumschau. Nicht, dass sie uns noch hört. Oh, dieses Bild, das ist mein Lieblingsbild. Oh, hübsch. Ich muss aber echt sagen, dass das überraschend hübsch ist dort vorher. So. Ja, was? Oh, hier ist es schön. Hier mag ich es. Oh Gott. Helles Licht und schön hier. Was ist denn das hier? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, das ist keine gute Idee, glaube ich. Hier bin ich nicht sehr gut versteckt. Oh shit. Oh shit. Was ist die auge denn? Oh shit. Oh shit, geh weg. 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 Die ist da hinten, ey. das bleibt doch mal da weg schön ja guck mal voll hauscht na 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 du hast mich nicht gesehen alles ich werde dich meinen babys zum fahrt vorwerfen und den garten mit den überall zu düngen ja dann mach doch denkst du ich weiß nicht was du mit diesem anstellen willst wie gut dass die ein brett vorm kopf hat kommt die jetzt da her oder nicht? ich hab so Angst scheiße war ich das jetzt? habe ich jetzt ein geräusch gemacht? oh gott komm nicht hier her ups hmmm waa Waa alter das ist krass ey die kommen jetzt wahrscheinlich genau um die ecke ey ich hätte jetzt wahrscheinlich in der sekunde woanders hinlaufen müssen Nein, nicht gut. Ich komm hier aber auch nirgendwo anders hin, ne? Shit. Okay, oh, ich zittere so. Gott! So, jetzt könnt ihr mal dieses Ding untersuchen. Ha. Ich schätze mal, das ist ein Rätsel. Ah ja, ich muss diese Form nachbilden. X drücken, wenn du meinst, dass es passt. Ah, okay. Welche Christen hat das auch versucht und sich gedacht, ich kann das nicht. Dann sterbe ich lieber. Ja, aber schon schwer. Oh Gott. Oh Gott. Meine Güte. Das ist doch schon fast. Komm. Das ist ja immer der Wunsch, dass man immer ein Haus hat, wo man so geheime Gänge hat. Aber eigentlich ist das ne schlechte Idee. Oh nice ey, die Zwischenwand. Na toll. Oh. Da kriegst du ja die Klemmung hin, ey. Scheiße. Du. 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 Du warst ein böses Männchen! Sie lebt! Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal! Oh Gott! Oh Gott, jetzt hat sie mich gesehen, oder? Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Shit! Sie lebt, ich! Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal! Bleib genau da, du kleines Miststück! Kann ich vor der jungen Dame fliehen? Schauen wir mal! Ach! Nicht, wenn ich den Gewand renne! Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Oh fuck! Oh fuck! Sie sieht mich, sie sieht mich hier! Ich will nicht! Shit! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Wir lieben dich! Jetzt habe ich sie wirklich abgehängt! Andererseits die... Oh Gott! Das ist so schrecklich! Scheiße! Oh fuck! Na toll! Ich bin schon mit verehrt, dass man dann so nah dran ist an dem ganzen Zeug, ne? Was heißt das? Was heißt das? X? Oh! Und Foto 3! Okay, das ist mir egal! Ich will keine Fotos damit! Ich schwöre! Okay! Äh! Stell sie das während her von etwas! Okay! Okay! Mh! Mh! Nein! Wo denkst du, dass du hingehst? Oh shit! Oh man! Hat er das Licht ausgemacht? Ohy, was ist dunkel? Schlecht, ne? Hallo! Wo denkst du, dass du hingehst? Oh Shit! Oh shit! Nein! Jetzt hat sie mich, oder? Wo hätte ich jetzt hinge Dominikts? Oh gosh, Alter! Fuck! Ohohohoho! Alter, wie gruselig ist das! Das ist doch noch schlimmer als diese Kitchen Demo ey! Fuck!